In den Alben legen Sie einige Auswahlen an und sammeln und sortieren dort, auch über mehrere Projekte hinweg, Bilder, ohne dass diese aus den Projekten gelöscht werden. In diesem Film schauen wir uns das Album etwas näher an. Das Album ist hier mit diesem Icon gekennzeichnet, dieses blaue Album, und wir können jederzeit ein neues Album über das Icon Neu in der Symbolleiste aufrufen und hier auch den Kurzbefehl Command L benutzen. Ich lege also jetzt hier ein neues Album, dort sind alle meine Drucksachen drinnen, dort sollen alle Bilder drin liegen, die ich drucken möchte. Und ich sehe schon, dass jetzt natürlich, sobald ich das Ganze angewählt habe, noch nichts hier drin liegt. Das heißt, ich selber entscheide, welche Bilder innerhalb meines Albums liegen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie Ihr Fotoalbum haben, Sie haben eines gekauft, und dort möchten Sie Ihre Fotos natürlich einkleben oder beziehungsweise in so Folien stecken. Das entscheiden Sie ja selber, welche Bilder jetzt hier in das Album kommen. Das heißt, ich wähle mir jetzt ein paar Bilder aus und dann ziehe ich die mir hier in mein Album Druck. Sobald ich jetzt draufgehe, sehe ich also hier meine Bilder. Wenn ich jetzt ein zum Beispiel Druckalbum übergeordnet über ein Projekt ziehen möchte, dann nehme ich einfach dieses Album und ziehe das aus dem Projekt raus, zum Beispiel über allen Projekten, die jetzt in dem Ordner Reisen liegen. Ich klappe mal die Projekte zu und dann sehe ich, dass das Album auf einer Hierarchie mit den Projekten India, New York und Fortaventura steht. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich diese Bilder aus dem Projekt New York gelöscht habe. Das heißt, sobald ich jetzt hier wieder auf New York gehe, sehe ich natürlich weiterhin diese Bilder innerhalb meines Browsers im New York-Projekt liegen. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, ein Album anzulegen, das Projekten übergeordnet ist, dass man jetzt hier zum Beispiel auch aus Indien sich Bilder heraussucht und diese Bilder genauso in dieses Album legt. Man kann dadurch von mehreren Projekten Bilder zusammenfügen, ganz individuell entscheiden, welche Bilder möchte ich jetzt zum Beispiel weitergeben, zum Druck hinzufügen. Es geht nicht nach bestimmten Kriterien wie Markierungen oder nach Bewertungen, sondern ich selber entscheide, was liegt in diesem Album. Wenn ich das Album jetzt rauslegen möchte aus dem Ordner, ist das nicht möglich. Ich kann es nur in einen anderen Ordner verschieben. Aber ich muss das Album entweder in einem Ordner liegen haben oder aber innerhalb eines Projektes. Und dort kann ich natürlich mehrere Alben anlegen. Ich kann jetzt hier zusätzlich noch ein Album für den Samstag anlegen. Diese natürlich auch jederzeit verschieben. Ich kann diese wiederum in einen anderen Ordner packen. Ich habe also sehr viele Möglichkeiten, jetzt hier mit Alben zu arbeiten, um selber zu entscheiden, wie möchte ich meine Bilder in Alben sortieren. Ich habe ja schon getan. Untertitelung des ZDF, 2020